Lassen Sie mich in Ruhe, heißt das Buch und ich lasse Sie jetzt auch wirklich in Ruhe. Ich habe Sie genug ausgefragt für heute. Eine wirklich bezaubernde Begegnung mit Ihnen. Danke vielmals für diesen Tag. Bezaubernd? Das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Dann lassen Sie es sich von mir sagen. Ich finde Sie wirklich bezaubernd und sehr direkt und ehrlich. Und das Team, das Sie so herumgescheucht haben manchmal, oder? Gescheucht habe ich euch. Naja, war es jetzt langsam, da kann man nichts machen. Wenn man so alt ist wie ihr, dann muss man halt schauen, dass man wieder flotter wird. Meine Damen und Herren, Frau Ernie Mangold, danke für dieses Gespräch. Ah ja, Bärgespräche, wenn Sie uns öfter sehen wollen, einfach abonnieren. Ist ganz einfach. Wir freuen uns.